Bittgebet beim Betreten der Moschee Ich suche Zuflucht bei Allah, dem Gewaltigen, und bei seinem edlen Antlitz, bei seiner ewigen Herrschaft vor dem verfluchten Satan. Im Namen Allahs und Segen und Frieden seien auf dem Gesandten Allahs. O Allah, öffne die Tore deiner Barmherzigkeit für mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020